Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Mario K8 Deluxe zusammen mit dem Söhne Schmölo. Jo, was geht, Klimmiwimi? Der Vorreiter von der YouTube-WG. Der Vorreiter? Hm. Hast du das deinen Leuten schon gesagt? Ich habe es öfter mal kurz angesprochen in meinen Pokémon-Videos. Du machst Pokémon? Nein! Ich dachte, du machst Beauty-Tutorials. Beauty-Tutorials? Ja, Mann. Ich habe mir auch schon überlegt, für unsere WG ein schönes weißes Regal zu holen. So ein B-Regal? Ja, ja! Wenn du das ins Wohnzimmer stellst, haue ich dich persönlich. Ich habe gehört, dass ich dadurch mehr Abos generiere. Das ist so das Starter-Kit zum Abos. Stimmt, das ist das Abo-Regal, ne? Ja, ja, da kommen dann sowas wie die ganzen Awards, die wir verdienen. Ich habe auch schon ganz viele Zeitschriften-Abos abgeschlossen, damit ich mehr Abos bekomme. Ah, okay. Okay, komm, die Themen hier noch wo noch nicht rein. Hallo Leute und herzlich willkommen nochmal zu Mario Kartoffeln. Auf meinem Kanal ist es wahrscheinlich eher unüblich, weil ich nicht so der Nintendo-Let's-Player bin. Ich habe die Bombe gerade auf mich selber geworfen. Das ist natürlich sehr schlau. Warum bin ich eigentlich Erster? Du bist Erster? Was läuft da falsch? Was läuft da komplett falsch? Ich bin Nintendo-YouTuber jetzt. Aber jetzt mal ohne Spaß. Wir machen das natürlich auch mit dem Sinus zusammen. Der Sinus ist nur... Ey, ich bin auch gegen einen Reifen gefahren. Ich fahre richtig schlecht. Warum bin ich Zweiter? Er ist nur gerade verhindert, wollte er sagen. Der Sinus ist gerade... Kann gerade nicht. Der muss gerade wichtige Sachen machen. Problem ist, wenn Sinus kann, kann Klim nicht. Wenn Klim kann, kann Sinus nicht. Deswegen muss ich jetzt immer so die Teil-Bitch sein. Nein, spielen wir jetzt. Ich bin so die, die auch Teil-Bitch. Danke übrigens an Shigeru Nintendoto, der uns das Spiel geschickt hat per Post. Ja. Aus Japan. Das Ding hat es auch so lange gedauert. Ja. Deswegen ist das ganze Spiel auch auf Japanisch. Guck die Zahlen unten links. Alles richtig japanische Zahlen. Da ist ein Japaner noch sogar bei mir. Der ist vor mir. Der trifft sich gerade gut. Also, Solo. Man kann ja mal sagen, wir beide mit Sinus ziehen zusammen in eine WG. Voraussichtlich. Muss man sagen. Fix ist noch nichts. Wir haben noch nichts unterschrieben. Aber wir wollen... Wir wollen jetzt noch nichts leaken. Wir wollen noch nichts leaken, aber wir ziehen zusammen. Wir werden wahrscheinlich zusammenziehen. Also, so wie es ausschaut, ja. Hoffentlich. Wir werden hoffentlich zusammenziehen. Würde mich sehr freuen. Wenn wir alleine nicht ziehen, dann ziehen wir eben zusammen. Okay. Ist okay. War das nicht Sabian halt, du? Äh, ja. Ne. Alleine nicht schaffen. Das schaffen wir eben zusammen. War das echt Sabian, Lulu? Ich glaube schon. Haha, Dennis. Haha. Ja, der ist runtergefallen. Als auch, bist du jetzt doch wieder Erster. Ich seh sie da vorne. Die sind kein großer Diener wieder. Aber gut, du hast den zweiten Ruder. Hä, du bist ein Nintendo-Youtuber. Warum bist du nicht Erster? Ja, weil ich dritter bin. Kann man bitte jemand schreiben, dass du ein richtig schlechter Nintendo-Youtuber bist? Ja, das Ding ist mir die ganze Zeit Erster geworden. In allen Matches, die ich bisher hatte. Immer so Erster, Zweiter. Ich spiele ich einmal mit dir und werde direkt Dritter hier. Was ist das? Aber das ist so ein kleiner Vorgeschmack, Leute. Das, sowas wird es öfter geben, wenn wir in einer WG wohnen. Falls es klappt. Erster, easy. So, weißt du, als Nintendo-Youtuber ist der mein Erster. Nein, 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 nein. Das ist unglaublich. Ich hatte gerade noch meinen einen Pilz gehabt. Ja, egal. Erster und Dritter ist okay. Wir sind in unserer Mitte hier. Stellen wir uns einmal vor, es ist nicht Dennis, sondern Zinus. So, hat sich das. Zinus. Der holländische Zinus. Grüß Götzke. Weiter geht's in der nächsten Runde. Mario... Hallo, Sörlo. Hi, Clemmy. Wollen wir ein bisschen was zur WG erzählen, vielleicht? Ach, was denn für eine WG, Clemm? Was denn? Wer bist du überhaupt, Sörlo? Warum sollte ich mit ihnen zusammenziehen? Ach, wir ziehen zusammen? Erzähl mir doch ein bisschen mehr von dieser Womio-Menschaft. Ich bin halt achter, ich habe zweimal eine Ratchet abbekommen. Danke. Danke, ey. Wir mussten eben gerade zweimal den Raum wechseln, weil wir rausgeflogen sind. Danke, Nintendo. Und Zinus Server habt ihr auch. Danke, Shigeru und Nintendoto. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir spielen das Ding hier vor Release, ne? Also... Bis zum Release kann sich noch ein bisschen was tun. Bis zum Release ist das noch schlimmer, weil einfach noch mehr Leute drauf spielen. Wären das die Paid-Online-Server, dann wär ich sauer. Aber sind sie ja noch nicht. Bis zum Ende des Jahres nicht, oder? Ähm... BZR bezahlen wir ja noch nicht, also... Ja. Jaja, also... Ja, die werden ja irgendwann Paid. Ja, ich weiß. 5 Euro im Monat, oder? Was war das? Ja, ich weiß es nicht. Das war mega wenig, aber... Es war richtig low. Genau wie dein Skill in Mario Kart, Digi. Bist du Erster? Ich bin 10? Ja, also schon. Ist halt nur noch eine Null hinten dran, ne? Ist so, weil ich da auch eine Musa wieder ganz vorne sah. Und ich dachte so, hä? Was hast du denn für einen Abstand hier gewonnen? Alles klar, Digi. Ja, die ist da ganz vorne allein. Ich dachte mir so, Klimi, willst du mich verarschen? Was machst du da vorne? Hey, Klimi, du bist Minecraft. Letzt... Ja, warum bist du so weit vorne? Hey, geh wieder weg, ey. Also ganz kurz zur WG vielleicht noch. Also, wie gesagt, wir haben vor, zusammenzuziehen. Wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann machen wir das auch. Im Juni würden wir dann zusammen wohnen, richtig? Juni, Juli so darum. Ja genau, Juli würden wir dann schon zusammen wohnen. Und dann gibt's auch Livestreams, also auf unseren Kanälen Twitch, denk ich mal, ne? Bist du über Twitch? Sí, Twitch, YouTube, also wo es grad am besten passt. Also wahrscheinlich nicht. Ok, bist du Twitch-Partner? Sí, also Twitch. Also Twitch, deswegen ja. Ja, dann streamen wir da auch WG-mäßig, dann machen Papa WG-mäßige Videos mit Facecam und wir wollen ein cooles Studio in unserem Wohnzimmer aufbauen. Mehr sag ich jetzt aber nicht. Wir wollen ja nicht alles hier zuvor nehmen, deswegen... Oh, da ist ein blauer Panzer. Er wird uns glaub ich auch nicht so den Arsch retten. Ja, ich kann mal den Player umgehauen da vorne. Ich krieg die ganze Zeit einfach nur Sterne. Ich krieg nur Sterne. Ich krieg nur Sterne. Ich krieg nur Sterne. Ich krieg nur Sterne. Hey, was ist denn das? Hey, was ist denn das? Oh, geil, Alter. Rakete. Tutut. Komm, beeil dich hier. Wir müssen unseren Squad hier vereinigen da vorne. Ich bin jetzt Zweiter geworden. Das geht so nicht, Timmy. Wo bleibst du denn? Juhu. Ich hab Goldpilz. Goldpilz. Ey, ich hatte gerade einfach einen Goldpilz und dahinter noch einen Stern. Ich war letztens in Amsterdam. Da hätte ich auch Pilze nehmen können. Hab ich aber nicht gemacht. Na, schade. Fünfter. Was soll das denn? Ohne Spaß. Wolltest du nicht einmal so sein wie Mario? Du bist Fünfter geworden. Ne. Ja, richtig schlecht. Wo ist denn der Zinus hier? Da war doch eben... Der Zinus ist erster sogar. Sag ich doch. Der Zinus, ne? Warum nutzt du eigentlich nicht mit uns auf? Bist du jetzt so gut? Die next round. Was? Ich würde einfach mal sagen, wir kümmern uns jetzt mal um den Schweizer da vorne. Weil das geht so nicht. Ich würde gerne uns beide da vorne sehen. Ich bin ja als Schweizer so richtig arrogant. Hast du das mitbekommen? Der Zinus, der ist immer richtig krass, wenn er da ist. Ich finde es irgendwie komisch. Ich bin gerade eigentlich Zweiter geworden. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr aus der Schweiz zuguckt. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob bei mir Schweizer zu gucken. Hallo. Wenn ihr aus der Schweiz seid, schöne Grüezi. Oder sagt man ja, ne? Stimmt, so ein paar gibt es da immer. Dann wisst ihr auch bestimmt, was Füdli heißt. Was? Weißt du, was du das gerade verwirrend fand? Ich bin ja eigentlich Zweiter gewesen in der letzten Runde. Und bin als Dritter einfach gestartet. Hat sich einer vor mich gemogelt. Fake News. Ja. Ist gerade einer runtergefallen. Donald Trumps Fake News. Dort komme ich auch. Zweimal hintereinander jetzt. Echt? Ne, ich bin nicht so schlecht. Ich glaube, ich bin wirklich nur einmal runtergefallen. Ich kann auch dieses Schlauffahren anmachen, dann passiert das nicht mehr so oft. Ah, okay. Nice, danke. Habe ich sowieso schon die ganze Zeit an. Automatisch Gas geben übrigens auch. Echt? Ja, das habe ich nicht an. Das ist mir eigentlich zu lame. Ich habe beides nicht an, Alter. Hast du das Schlauffahren an? Ja, man. Das ist voll geil. Ehe, du Pisser. Du, echt jetzt? Ja, Alter, wenn man es noch nutzen kann, ich bitte dich. Junge, mach das doch nicht an, Alter. Natürlich. Nee. Man muss das doch mal zeigen. So. Der kriegt jetzt einen Boomerang schnell in der Lukas. Hier. Ah, fuck. Ich habe halt nie den, das ist mir halt aufgefahren, bei 206 DM. Was? Ich bin einfach mal instant 8er geworden nach den ganzen. Geht mal bitte alle weg mit euren roten Panzern. Was geht hier ab? Was geht hier denn ab? Das ist eine richtig rote Panzerschelle, Alter. Ja, was geht hier gerade ab? Nein. Jetzt sind die zwei ja selbst vor mir, Alter. Ich bin richtig schlecht, Mann, Solo. Ey, ohne Spaß. Das geht gerade gar nicht klar. Ja, was ist das gerade für eine Wusel-Wusel hier? Was ist das gerade für eins Runde, Alter? Ja, richtig komisch. Und, ah, warte mal. Es kam mir was für den ersten. Wahrscheinlich den Schweizer mal wieder. Sag mal raus, das wäre so ein Clanspieler oder sowas. Blitz. Ja, den habe ich nicht... Ah, geil, Alter. Gerade als ich den Stern bekommen habe. Danke, Klinik. Kein Problem, Alter. Das extra habe ich zu dir gemacht. Richtig teapen, finde ich gut. Richtig teapen, finde ich gut. Photoshop-Template. Hier, guck mal hier. Kann mir wieder ein Intro machen. Oh, geil. Hier nochmal einen Boost reinholen. Boah, jetzt gerade voll einer mit einer Rakete lang gedüst. Das ist natürlich geil. Wie vieler bist du denn? Ich bin 8er. Und du? Ich bin gerade dritter. Was? Da habe ich dir richtig mit meinem Team-Play geholfen. Ja, eigentlich schon, ja. Wieso falle ich immer da runter, Mann? So, jetzt habe ich zumindest... Richtig Minus. Bud, oh man, nice boost. Und ich werde noch dritter. Perfekt. Nice, ich bin 9er. Ich hab's auch schon noch. Warte, welcherativasal? Warte, wie lange jeden Tag? Ich glaube, ich mache das echt gleich mal aus. I fahr gegen die Butze, ich bin richtig schlecht geworden. Ich kann es euch nur empfehlen bei 200 CCM. Bei 200 CCM regenboot. Wurde war. Wie bin ich so oft runter gefallen. Was geht bei dir denn ab? 200 CCM? shirts identifying oben. War es das, oder É I? War es das? Ich wollte gerade noch was sagen. Deswegen. Komm, mach mal noch eine Runde. Dann machen wir das jetzt in der nächsten Runde Weiter geht's mit dem Luftwolken-Ding Luftwolken Ich weiß, wie die Level heißen Alles klar Wer bist du denn hier von, Solo? Ich bin der Mii, der auf den fünften Platz startet Hä, warum spielst du nur mit dem Mii, Alter? Ich find mein Mii halt einfach nice It's the Mii, Mario Jaja, so ungefähr Wie wieder bist du denn gerade, Klimi-Boy? Erster Nee, das ist der Schweizer Warum bin ich hier runtergefallen? Kann mir das mal bitte in den Kommentaren erläutern Bitte erörtern auch Mit einem kleinen Aufsatz Minusens 20.000 Zeichen Warum ist Klimi da runtergefallen? Jetzt schreib nicht 20.000 Mal, weil er blöd ist Das wär nicht so nett Weil er nicht schlau fährt Ich hab mir halt ein Beispiel an Solo genommen Oh Bisher noch gar nicht runtergefallen Schönes Beispiel hast du dir genommen Ja, weil du hast schlauer fahren, dann hast du kleiner Mimosen-Kopf Nee, 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 ich hab nur gehört, dass ich schlau fahre Nicht, dass ich das Featuren habe Niemand erzählt Ja, so das ist ja Ah, nein, jetzt bin ich runtergefallen nicht. Ich bin Pazifist drauf. Nein, das... Ich mein... Ich mein... Nein. Tschüss, Player! Was soll das denn? Nein, Allah! Voller Blitz, Allah! Ich bin dritter. Ich mein nur so mal einen kleinen Klapser so ins Gesicht, so volle Kanne, so... Ist doch voll... Mit dem Stuhl. Der brennt. Du krankes Schwein. Hey, das hast du jetzt gesagt. Äh... Alter, das ist echt... Ich sag dir, Alter, das läuft gerade gar nicht gut vor uns. Das erste Rennen war ganz okay, wo du erster und ich dritter war. Hey, ich bin erster. Was willst du denn? Scheißdreck bist du erster. Bin ich nicht. Guck mal, ich bin siebter und hab mein scheiß Bullet Bill hier. Ich ramm nicht damit nach oben, ich sag's dir. Komm her, Kimi. Komm her. Nö. Ich komm generell nicht zu dir. Ich komm nicht mal so weit, ey. Ich komm nicht mal so weit, als alt. Alter, echt voll, ey. Nice. Geist. Geist erstmal eingesetzt. Und... Ah, geil. Ich hab ne Acht. Ey, stell dir mal vor, zwei Achten hintereinander. Nice, ich hab ne Münze bekommen. Richtig geil. Stell dir das mal vor, wenn man zwei Achten hintereinander hat. Boah, Junge, du bist ein richtiger Nazi geworden. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Das wär echt krass. Das war echt so... Das war nicht so nett. Nee. Entschuldigung. Da steht halt echt 88. Oh mein Gott. Das ist eigentlich so hart, ey. Nintendo, don't focus this up. We fix that. Meinst du, eine von dieser Acht wird dann zu einer Sieben? Das wär lustig. Warte mal, ich hab auf den dritten nen Bullet Bill. Ja, ich bin. Ich hab auf den dritten nen Bullet Bill. Geil. Geil. Als ob. Ich hab einfach nen Google Video auf den dritten bekommen. Geil, Alter. Ich hab nen Maxi-Pilz bekommen. Und der bringt mir gar nix, Mann. Er ist noch Blitz eingesetzt. Es gibt noch nen Maxi-Pilz? Der hat den goldenen. Achso, ne. Maxi-Pilz ist eigentlich das Ding, was dich größer macht. Weiß ich. Leute, ich hab ganz viel gewonnen. Dein Maul. Ich war erster einmal. Deswegen würde ich sagen, schaut nicht bei Sollo vorbei, denn er war besser. Geht auf Sollo's Kanal und schreibt, du bist nen Doof, Mann. Du bist nen Doof wie Doof, Mann. Tschüss. Ciao.